So, nachdem wir jetzt den Fahrstuhl des Grauens genommen haben, sind wir hier unten angekommen und fast tot mit 37 Lebenspunkten. Oh, macht ja nichts. Äh, ich gehe mal voll aus, dass ich da rüber muss. Oh, der hört sich nie gut ab. Oh, der hört sich nie gut ab. Nur Inzessen. Oh, nein, natürlich nicht. Irgendwie drauf, Jürgen. Das müsste auch noch irgendwas. Ach, nein. Oh, mein Gott, was ist denn hier los? Ja. Ich muss gar nicht so doof durch die Gegend schreien. Versteckt sich einfach? Noch mehr. Hä? Oh. Oh, natürlich. Seht, wann sind die Schüsse so schnell? Was ist denn hier? Ah, Leiter. Okay. Haben wir hier noch irgendwas versteckt? Na. Munition. War ja nicht toll. Ich hab' da schon wieder gehört. Natürlich sind hier noch Viecher. Ist ja tot, na. Munition für den Teil hab' ich auch nicht mit unendlich mehr. Ach, 136. Was ist das denn? Indigun. Okay, nehmen wir die mal. Oh, 600 Schuss für. Oh. Ich mich mal erst umgesehen hier. Jetzt hab ich schon wieder 69. Ach, cool. Nehmen wir. Ab nach oben. Was ist das denn da? Strom. Äh. Okay, so Security Card. Wie ist das? Dicks. 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 Gut. Äh. Hier kann ich nicht durch. Das ist gut. Warte mal, hier komm ich nicht durch, oder wie? Ne, brauch ich die Karte für. Das ist klar. Ah, da ist noch einer. Ah. Gut, gut, gut. Wenigens gibt's hier jetzt Linien, die ich entlanglaufen kann, sozusagen. Ach, natürlich. Macht mir gar nichts. Naja, ein bisschen. Was ist das denn hier für ein Gebäude wieder? Ein Generator, oder was? Äh, ja, da geh runter. Noch weiter runter? Oh, das sieht so aus, als wenn ich davon sterben würde. Da kann ich nicht runter. Ähm, okay. Ah, boah, das war knapp. Hüpf. Boah, da hat das, äh, ne, weiß ja wohl. Okay, jetzt hier hin. Ich hab gar keinen Schaden genommen, davon, der ist unglaublich. Ähm. Das ist ja wieder komplett unnütz. Mach mal auf, irgendwas. Ach, da war die Leiter. Gut, hier gibt's noch Munition und Haarsachen. Und jetzt komme ich hier nicht mehr rüber, oder wie? Äh, haha, nein. Ah, hallo. Wer bist du? Was machst du hier? Du wirst versuchen, die Tension, und dann kommen sie nicht. Geh raus von hier, jetzt! Geh das Telekarte, das hilft, dass du auf die Erde gekommen bist. Jo, danke. Äh, wie lange willst du denn da ohne Essen und Trinken noch rumhängen? Wieso komme ich hier nicht mehr her? Ach, jetzt, alles klar. Das ist den ganzen Weg wieder hoch. Ach. Jetzt, Kida. Gehst du da rum? Ach, andere Seite, oder was? Ah, alles klar. Und noch ne Leiter. Und noch ne Leiter. Ach so, ja, jetzt komme ich wieder in den Raum, und dann möchte ich ja... Ja. Ah! Nur einer? Tschö. Sehr gut. Okay, da war ich. Was haben wir hier? Was? Woher ein Shutters? Welche Shutters? Oh, die Dinger. Hat ja viel gebracht. Okay, Pia. Oh, die Dinger. Oh, béat. Audio report regarding dangerous working conditions in caverns below Delta. This is Bob Cody. Today is October 18th, 2145. My crew has been rewiring the generators as ordered for the last several days. We can't finish the work. We're stopping after today. It's job at the next time. We can collect an idea when time down on the ship. We call them Howlers, because that's how those Howl and Howlers are in the ship. What's that here? Ah, I'm ready. Let me go. All right. Wow, that's probably a secret area. Area? Wait a minute. We'll be available for a new assignment tomorrow. Oh, how many lives are they? Oh, how many lives have they? Three Milliarden? Oh, there's another one. There are only two, I can say. Ja, geht kaputt Verdammt nochmal Okay, mach ich gleich Dass ich der mal hinscrollen muss Nichts ätzend Ah, was soll's Ja, hau rein Wo sind wir denn jetzt? Warte Cargo Transfer Großer Raum gefällt mir nicht Oh, ich hab ja nicht viel los zu sein Oh, natürlich Gut 93 Yeah Ach jetzt noch einer Und dann noch einer Und noch einer Und noch einer Sind die gekloppt hier? Was soll denn das? Danach nicht Noch nicht Noch 85 Jetzt hab ich sogar wieder 100 Okay Okay Das geht nicht Da kann ich nicht rüber Also so muss ich mich rüber Warte, ich hab den Kran Und dann noch wer Ach so, ich muss wahrscheinlich den Kran da ausrichten Und dann da rüber Falls ich mich hier nochmal irgendwann bewegen kann Dann sollst du doch in Ordnung sein, oder? Ja Könnt ihr doch runterlassen? Nein Nichts, okay Dann Müssen wir einfach runterspringen Ich spring jetzt mal hier runter Und dann hier drauf Ja, okay Wäre ja fast gut Alles klar Wir kommen voran Ach Das war das erste Mal Die sich in Schatten verstecken Glaube ich zumindest Das ist ja roher Die sind Fußballspielen hier Wer war da? Wer da war? Lava spricht Okay, was ist hier? Komme ich wahrscheinlich wieder hier rein? Nein Hier? Hier? Was? Komme ich auch nicht rein Ah Wie viel hier denn noch wieder? Habe ich alle? Warte ich auch nicht Warte ich nicht Okay Oh, wie Zeit für ein Zoukju Ach, ja doch Da hat er mich tatsächlich vorher noch getötet hat Mistvieh Oh nein Okay Okay Ich spiel mal eben so weit wieder Also bis zu dem hellen Halt Und dann Nehme ich weiter auf Bis gleich Okay Okay Okay, ich bin wieder da Ich bin inzwischen schon wieder dreimal gestorben Weil ich davon durchrennen wollte Aber macht ja nix Wie war das? Wie war das? Wie war das? Wollte ich nie irgendwo rein, ne? Oh, wie war das denn? Oh, wie war das denn? Ah, stimmt Ist aufgegangen Ja, komm Ich bin inzwischen nicht getötet Oh, oh, weg hier, die Sachen bei mir Ah, weg hier Oh, da ist noch einer Scheiße, Scheiße, Scheiße So, jetzt war das nur noch der Noch einer Ach, der hat mich wahrscheinlich letztes Mal getötet Wüsste gar nicht, dass hinter mir noch einer ist Okay Ist er für ein Soulcube Wie, pack Wo ist der Scheiß Hell Night? Pissa Hä? Wird er jetzt mit dem Fahrstuhl hoch oder? Oh, ich geh schon mal weg Wo ist er? Natürlich Hallo, ich hab da was für dich Oh, na toll Versuchen wir so Alles klar, das war wohl nix Scheiß Soul Cube, kommt nicht mal durch so ein Gitter durch Äh, nochmal Bla 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 Jetzt gehen wir sofort nach hinten Äh, kommt keiner Komisch Ah, doch, ne Keine Wieso sind denn hier zielkeine Ah So Jetzt holen wir den scheiß Fahrstuhl Mit dem dreckigen Hell Knight Und speichern ab Ist ein Gesicht drauf auf den Dingen Oder was ist das? Auf jeden Fall seltsam aus Ah, cool So Dann sind wir wieder voll Und haben wir noch irgendwas übersehen Oder Das Das kann Ja, komm hier Ja Und speichern nicht vergessen So hoffe ich hier schon wieder gestorben bin Wo sind wir denn hier? Auf jeden Fall ganz schön weit unten Ach Ach wohl, eh nicht Ja Munitionsverschönung Ganz schön viel Skelette jetzt hier, ne Ach 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 Gott sei Dank Reicht Okay Ah Okay, ich muss mich glaube ich verbessern Enge Räume sind noch schlimmer Ja Aber Moment Erstmal gucken Ob hier noch was ist Na Munition Ich war gar nicht mehr in Erinnerung Dass das Spiel so lang war Jetzt Aber ein Und Da Noch nicht gar nicht vergessen kranz 2 alles klar das sieht ja auch nur aus wie eine super stelle zum kapp machen also werde ich jetzt mal also rendern hochladen und so weiter und so weiter also wie ich sagen bis zum nächsten video